Wussten Sie, dass 10% der Weltbevölkerung von einer Nierenkrankheit betroffen sind und viele davon nichts wissen? Wenn Sie eine Nierenkrankheit haben, kann Ihr Körper Abfallprodukte nicht mehr effektiv entfernen. Ohne Behandlung kann das lebensbedrohlich werden. Das sollten Sie wissen. Eine chronische Nierenkrankheit, auch CNK, durchläuft fünf Stadien von fast normale Nierenfunktion bis Nierenversagen. Die Stadien spiegeln wieder, wie effektiv die Nieren Abfallprodukte aus dem Blut entfernen. Zu den gängigen Symptomen einer CNK zählen Veränderungen beim Urinieren, Schwellung des Körpers und Kurzatmigkeit, aber diese Symptome sind nicht immer bemerkbar. Deshalb ist es so wichtig, proaktiv zu sein und das eigene Risiko zu erfahren. Für eine Nierenkrankheit gibt es keine Heilung, aber Möglichkeiten, den Verlauf zu verlangsamen. Auf davida.com-de erfahren Sie mehr über die Nierenkrankheit und darüber, ob für Sie ein Risiko besteht.